Liebe Leute, nur mal kurz so vorweg. Es könnte sein, dass die Tonqualität ein bisschen schlecht ist oder halt rauscht. Das sollte aber bis Freitag dann nicht mehr so der Fall sein, denn da bekomme ich dann ein Mikrofon fürs Handy und ja. Simba! Na, aus, jetzt ist aus. Herzlich willkommen zum zweiten Vlog hier auf meinem Kanal. Dankeschön, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Also liebe Leute, ich habe jetzt hier an einem Whiteboard auflesiert, das ihr eh habt. Hier habe ich sonst eigentlich niemals so genutzt, dass ich halt hier irgendwas draufgeschrieben habe, wenn ich z.B. ein Video fertig hatten müssen oder sonstiges. Aber hier werden wir jetzt einmal die To-Dos auf der Schreibmasphäre hier in diesem Video machen werden. Erstens einmal müssen wir mal das Daten öffnen, weil wir im welchen Jahrhunderts nicht von mir stehen. Wunderschön. Genau. Das sind jetzt hier unsere To-Dos für heute. Das Whiteboard haben wir jetzt hier schon. Und wie ihr hier seht, hat ich mich künstlerisch ausgeübt. Dafür habe ich das hier gezeigt. Spaß natürlich, das war natürlich meine Schwester. Liebe euch Grüße. Hier dann auf jeden Fall Dominikus, wunderschön. Und Simbanicus. Nice! Wir müssen jetzt hier aber auch auf jeden Fall schauen, wo der Simba eigentlich so steckt, was er so macht. Deshalb, let's go! Also, die Simba-Suche haben wir dann auch einmal erledigt. Deshalb kann man es dann hier durchstreichen. Was ich euch jetzt hier noch sagen muss, ist, dass bei Amazon habe ich halt heute die Meldung bekommen, dass das heutige Paket, weil ich hätte noch einiges vorgehabt, ähm, morgen ankommt. Und ja, hat sich halt leider verspätert. Jetzt werde ich mal schauen, ob das morgen ankommt. Hoffentlich irgendwie so. Ich hoffe auch, dass das Mikrofon, das mir noch wichtiger, am Freitag ankommt, weil am Wochenende werden noch geile Videos, krasse Videos gedreht. Deshalb könnt ihr gerne einmal hier ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, sowie einen neuen Vlog. Amazon-Bestellung durchstreichen. Und... Da noch die Keylets, die werde ich aber noch nicht aufbauen bei meinem Gaming-Setup. Die werde ich noch hier so stehen lassen, weil die werde ich dann noch für andere Videos verwenden. Und... Liebe Leute, hört ihr das? What the fuck? Was ist das? Simba! Na, aus! Jetzt ist aus! Duh!